Kann Albanien im EM-Spiel gegen Spanien alle überraschen und somit sogar noch ins Achtelfinale einziehen? Real Talk! Albanien ist sicher keine klasse Mannschaft, aber sie haben das bisher wirklich nicht schlecht gemacht. Gegen Italien hat Albanien zwar zu Recht verloren, aber gegen Kroatien haben sie über weite Strecken des Spiels doch ganz gut mitgehalten. Vor allem die erste Halbzeit war gut und sie haben dann auch Moral gezeigt am Ende des Spiels durch das Last-Minute-Tor zum 2-2. Und Achtung! Hier kommt ein weiterer großer Vorteil für die Albaner. Spanien steht bereits als Gruppenerster fest und hier wird vermutlich etwas geschont und rotiert. Aber ich denke, selbst die zweite spanische Mannschaft sollte hier noch eine Nummer zu groß für Albanien sein. Übrigens, ich habe während des Italien-Spiels 500 Euro auf Spanien wird Europameister platziert. Schreib mir jetzt schon mal in die Kommentare, ob du glaubst, diese Wette kann kommen. Ein ganz wichtiger Faktor in diesem Spiel wird sein, dass Albanien auf Sieg spielen muss und das wird Räume für die schnellen Spanier geben. Ich denke, sie werden dieses Spiel gewinnen, aber zu dieser Quote riskiere ich dann nicht. Was ist dein Tipp?